Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Hunger Games und wir sehen uns nach dem Intro So, ich würde mal sagen, wir sind schon da auf dem Hunger Games Server, äh auf dem Rennstitzelserver Es hat sich vieles geändert, also am Aussehen vor allen Dingen Und ja, ich werde dann mal einfach gucken, welche Arena wir nehmen Ich nehme mal einfach die hier Und ich nehme einfach mal Vote 2 Ihr hört schon die Stimme, also der Klang ist ein bisschen anders Und zwar habe ich ein, nicht mein neues Also es ist neu, es ist halt anders Es ist ein anderes Mikrofon Weil das andere, also Das Großmembran Kondensatormikrofon Also das richtige Let's Play Mikrofon liegt im Keller Äh, und jetzt habe ich einfach mal Ein anderes von mir genommen Ein, ja, dynamisches Mikrofon Was halt eher für Gesang geeignet ist Aber ich denke mal, es wird gehen Nächstes Mal gibt's dann auch wieder Kondensatormikrofon, aber naja So, wir warten jetzt hier einfach mal Noch ein bisschen ab 30 Sekunden sind's noch Jo Super 10 Sekunden noch 2 2 Und 1 Uh ja, geil, geil, geil Wir sind natürlich wieder an der falschen Seite Wie früher Immer schön Folge 1 gucken bevor Folge 2 Spaß Könnt ihr natürlich gucken wie ihr wollt Es ist ja eigentlich immer Das gleiche ist ja kein Let's Play So Bum 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 Ich renne jetzt hier lang Ja! Okay, wir haben schon mal Glück Ja! Okay, das Ja war jetzt ein bisschen So, als wenn ich mich nicht gefreut hätte Aber ich freu mich natürlich riesig So Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet Aber Ja! Okay, jetzt rennt mir keiner mehr hinterher Boah! Das ist ein bisschen ungeil, aber Ja komm, wir rennen jetzt erstmal unsere Thun ab Bevor wieder alles weg ist Das will ja nicht mehr der letzte sein So, das Wasser gehen möchte ich eigentlich auch nicht so gerne, ne? Ja, es hat einmal geklappt, letztes Mal hat es nämlich nicht geklappt Eher gesagt in der Aufnahmesession immer ein bisschen zu blöd war, deswegen habe ich sie nicht hochgeladen Richtig geil Guck mal, alles sehr gut gebrauchen Eigentlich kann man gar nichts gebrauchen Naja, ich habe ja auch rohes Fleisch, dann könnte ich das theoretisch dann braten Hier Mach mal die Truhe da mitnehmen Das gibt's jetzt auch? Fünf Vier Fünf Äh Alter Aber wie kann ich das jetzt zünden? Oh nein, ich bin so blöd Oh, das hätte ich nehmen können Okay, nein, nein Ich bin ja schon friedlich Ich kann aber nicht nachgenerieren gerade, ist das Problem Deswegen lauf ich weg Scheiße, rennen wir immer noch hinterher, ich hör das eben nicht Oh! Uh? Mh! Nein, verarsch mich nicht. Ja, wie viele Leute sind da. LOL! Server-Lag. Okay, ich weiß nicht mehr, ob der Schalter da geht, weil das sieht irgendwo anders aus. Okay. Ja, ich hab ja sowieso keine Punkte, also entstanden kann ich sowieso nicht. Oh, Mann ey. Kumpels online, das sieht der aber glaube ich nicht. Zieht ein wenig gut aus. Ich gehe jetzt halt noch in das Haus da drüben. Vielleicht geht das. Ja! Gab's denn hier auch mal irgendwo eine? Ich glaube draußen war das. Geil! Das funktioniert also auch noch. Ich glaube, die war hier, oder? Boah, keine Ahnung. Sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Nein, 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 nein. Ja, das war jetzt nicht so gut. Ich muss mich ganz kurz verstecken zum Regenerieren. Ja, das war's. Ja, das war's. So. So. Los, 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 los. Ja, super. Hier guck ich noch mal rein, aber eigentlich vertraue ich dem Keller nicht so. Aber irgendwo war hier eine Möglichkeit, dass es dann da aufgehen. Nee, 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 das mach ich nicht. Da bin ich schon mal reingegangen, oder? Wer schreibt mich jetzt an? Ganz schnell. Okay. Ich muss noch kurz meinem Kumpel sagen, dass ich mitten in der Aufnahme bin. Boah. So. So. Oh, oh. Jetzt niegt er sich auch. Nee. Er ist nicht die Leiter runtergegangen. Er ist die Leiter runtergefallen. Oh, oh. Er geht weg. Er geht weg. Komisch. Okay. Super. Tja, Kumpel, ich hab halt die Kiste schon gehabt. Ha. Naja. So, dann wollen wir mal, wollen wir mal vorsichtig hier ein bisschen rumlaufen. Mal ein bisschen gucken. Oh, hier war's rein. Scheiße. Hier ist nichts drin. Aber egal. Oh. Oh, falsche Taste. Ja. Sieht gut aus. Na ja. Wir müssen mehr Sachen finden, ist das Problem. Oh, oh. Puh, oh. Oh, nein, 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 nein. Hat der mich jetzt gesehen? Ich hab's gesehen. Nein, er hat mich nicht gesehen. Gott sei dank. Scheiße, scheiße. Okay. Da ist er, wo mein Kreuz ist. Okay, er ist weg. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Er rennt in Richtung Nirwana. Nein! Schade, schade. Aber leider war... Wir sind gestorben. Aber die Runde hat ehrlich gesagt richtig Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Richtig Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Minecraft und ja. Wir sehen uns demnächst. Tschüss!